Es geht wieder los, es geht wieder weiter, es geht rund, es macht Spaß, es regnet, natürlich grüner Regen, wie wir denn sehen. GG. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden auch wieder direkt loslegen ohne Umwege. Ich muss mal glauben, weil dadurch, dass wir jetzt ja hier, Sascha, warte mal, wir ausgraben, da Dokumente. Da, Kopatschi. Ich mache das. Wo haben wir denn, Herr 87, da, irgendwie stecken wir da hin. Schön, dass die beiden Ruhe an der Basis, Oliver macht das, so alle eingesetzt, ne? Ja, legen wir los, ja, ja, wir brauchen wieder mit der Quest und jetzt geht's durch und ach, es tut mir leid, dass der Sound zu laut ist. Ich passe ihn ja auch mal wieder so ein bisschen an. Also, Cernopelight ist guter Stoff, symbolisch für alles, was es an Spielen gibt. Es ist Early Access, man merkt, es ist, es ist Early Access. Wir werden gleich wieder hier dieses Geruch und Grackel, der Geruch der Fichten. Vor allem dieses Durcheinander geht mir halt ein, wenn man sagt. Ich bin auch jemand, äh, und da muss ich mich eigentlich entschuldigen, dass ich nicht so immer die Nerven habe für, für, für Story. Es tut mir, ich weiß, dass es mich selber nervt, ähm, wenn ich, äh, also, ich würde es doch immer eher so im privaten Leben mit, mit Kinn, Kegel und so. Da nehme ich mir natürlich Zeit und hast nicht gesehen, immer, ey, ruhig, nimm dir Zeit, alles cool und, na, wir wissen's, ja. Nur natürlich ist es so, ey, jetzt will ich vorankommen, verdammt nochmal. Und nicht nochmal zehnmal lesen. Es ist, viele kennen mich, aber ich muss, ich übe es, dass ich so langsam ein bisschen die Zeit rausnehme. Deswegen fange ich nur an, den ersten Schritt zu gehen. Ich versuche es mit dem Storygames, dass ich anfange, mir Zeit zu nehmen. Ich fange an, nochmal zu suchen. Deswegen mache ich das hier übrigens sehr auf, bewusst und nochmal, ach, guck nochmal, ist hier nochmal was? Ihr seht, ich brauche das gar nicht zum Bauen. Wozu? Es ist eine pure, simple Deko, die noch nicht so an sich fertig im Spiel mit implementiert ist. Äh, aber Grund, so, grundlegend, nur, also ihr merkt schon, es hat vieles in meinem Leben immer einen Sinn oder ein Ziel dahinter und, ja, gut, die hat sie jetzt genug da, die hat sie jetzt genug von mir. Okay, wir wollen jetzt hier mal, oh Gott, was hier ist noch keiner? Ich bin doch gleich vorm. Ah, das können wir doch irgendwo her. Das hatten wir doch schon, ah ja, klar, Déjà-vu. Natürlich hatten wir das ja auch schon mal. Ja, gut, das hatten wir dann halt auch wieder geklärt. Ich bin so, grundlegend, ich würde gerne ins Kraftwerk und nochmal los und was die da vorhaben und was dann passiert und mit dem Bösen, dass man sieht, ah ja, das ist das Böse. Das ist einfach zu sehr, zu skurril, zu, zu durcheinander, zu, ja, was willst du denn jetzt hier sein, mein Spielchen, weißt du? Das ist, was mich in Geno beleidt, so ein bisschen, ja, wirklich straight up. Ach, die anderen leben ja hier noch alle wieder, ne? Ah, ihr seht ja, Alter, das Grüne auch nicht mit dem anderen hier, das ist kurz wieder versetzt. Bug, passiert. So, haben wir jetzt, ups. Ach, er, ja. Ups, nicht nur er, er auch. Dann machen wir erstmal ihn. Er stellt natürlich ein bisschen ungünstig. Aber nicht das Problem. Das schaffen wir auch so. Ich habe den Zaun immer so ein bisschen leiser, damit sie jetzt nicht die ganze Zeit immer so laut ist, wie dieses Piepenfall. Ich hoffe, das ist okay und ihr, bisher hat noch keiner was in den Kommentaren gesagt, dass das doof ist oder eben ist. Deswegen hoffe ich, dass ich so grob den richtigen Weg gehe, weil das Spiel ist zwischendurch dann doch schon mal, ja, famos laut. Huch. Gerade. Das ist immer so, ich sehe den Ausschlag nur am Pegel hier und denke mir so, das muss ich euch nicht antun. Vielleicht auch ein bisschen Variation in der Art und Weise. Es muss ja kein Hitman sein, ne. Wissen wir ja aber vielleicht so ein bisschen Variation im Spiel. Wie ich jemanden erledigen kann. Das war ja das, ne. Das war das, ja. Ich habe wieder meine Boxen an und das knallt immer so schön. Deswegen habe ich auch kein Headset auf. Also ich hoffe immer nur, dass es aber nicht den Sound widerspiegelt hier im Mikro. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wenn man sich mit Steam und so beschäftigt und allem, man hat es nicht gesehen, dass man eben sich Technik holt, die nicht überall den Ton aufnimmt. Also ein Mikro, was nicht den Hall aufnimmt. Das heißt, ich kann, muss, sollte, ne. Ich kann nicht so weit weg sein wie manche andere immer gerne. Es, oh Gott, ich dachte, da steht einer, aber es ist ein Schild. Es ist ein Schild. So, wir konzentrieren hier langsam, wa? Hui. Mir war es, als wenn ich noch irgendwie einer wäre oder irgendwas. Ich habe Angst, dass wir dann gleich Kacke bauen. Dass das wieder in der Falle wird, wie letztens. War das doch auch. Aber das war doch nur den, den warten, ne. Das, ich dachte, ich kann wirklich noch was nehmen. Dass manches nicht vielleicht aufploppt oder nicht angezeigt wird. Dann werden wir kurz hoch. Ah, ah, so you've triggered my trap. Call me theatrical if you want to, little N.A.R. rat. But I love killing little rats like you, serving the rat king. Poor, poor ratty. Dead in a matter of seconds. Found this bunker some time ago a perfect... The solution, the solution. For you, ratty. I've just modified it a bit. Those documents, which you'll write, king told you to look for, will stay here, here forever. And with the past, no one will read them. Now, little poor ratty, breathe, breathe. Breathe, breathe, breathe. Jo, reicht da noch wieder, ne? Habe ich das Spiel besiegt? Und es ist gar nicht geplant, dass man hier irgendwie wirklich überlebt? Oh, oh, that was close. I have to be more careful. Lol. Lol. Okay, wir haben hier also sehr viele Sachen auf einmal, die wir hätten auch vielleicht vorab schließen können, wenn wir es gewusst. Moment, was ist in dieser Attacke? Ja, gut, ich kann nichts damit machen. Hätten wir. Crash complete und jetzt kann es schon gehen. Lol. Wenn man das jetzt vorher weiß und man spielt das Spiel nochmal, löst direkt die Probleme. Wie geht dann die Story aus? Weil ich käme ja hier raus. Beim letzten Mal bin ich ja gestorben, weil, ne? Keine Gasmaske. Hm. Das Spiel wirft sehr viele Fragen auf. Zu viele meiner Meinung nach. Wir werden... Na, er bleibt wieder hängen. Er bleibt wieder hängen. Er bleibt wieder hängen. Ich... Ich habe mir gerade überlegt, ob ich meine Brille aufsetze, die ich natürlich jetzt nicht hier bei mir habe. Ich... Ich zieh durch. Hier wird kein Cut. Hier wird... Ist ein One-Cut-Film. Na, groß werden sie gelobt hier 1916. 1916, das ist der Film. Ja, herausforderndste Projekte, natürlich. Nur Scheiße bauen wir im Leben und dann das als Projekt bezeichnen. Their radio was broken, so they couldn't call for help. Wir haben wieder einen verdammt heftigen Kampf geführt. Freut mich. Äh, also nicht. Nö, also. Jetzt haben wir die Unterlagen. Wir haben sie überlebt. Das heißt, jetzt sind wir technisch gesehen storymäßig eigentlich weiter als alle anderen, weil der andere auch mit im Trupp ist. Jetzt müssen wir theoretisch Tarakan irgendwo noch rekrutieren. Theoretisch. So, 2,9. Wir sind ja zu viert. Wir brauchen die Nahrung so ein bisschen. Das ist... Äh, jo. Die Wolke wandert ja ein bisschen. Ähm... Eing. Dreimal Channel, beleid. Wie viele wir jetzt aber wirklich brauchen. Ähm... Ich habe keine Medi-Packs. Ich gucke gleich unten im Moment. Können wir trainieren? Ich möchte mehr Ressourcen. Das hatten wir doch schon mal. Aber ich mag gucken. Übernimmungsinstinkt. Ich habe Angst, dass ich schon wieder suchen muss. Innerhalb von... Eine Minute, Bruder, Schieß, Such, 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 Walla, Such... Aha. Ja, ja, komm. Gefunden. Ja. Ich muss bestimmt eine gewisse Menge finden, damit er das auch sagt. Ja, du bist geil. Du bist gut. Du bist... Ja, du bist mein Tier. Ja, Rocky, komm. Gib ihm. Ähm... Schön, dass er im Laufen nicht... Ah... Ah... Annimmt und abnimmt. 40 Sekunden. Ja, ich renne doch gerade hier erstmal. 1,1, komm mal. Es wird also schon mehr. Das ist gerade in Gebieten, wo nur Chemikalien sind oder weniger Chemikalien sind. Hast du dann trotzdem effektiv mehr raus. Ja, das ist nice. Das ist nett. Aber... Jupp. Oh, hallo. Ich meine, das ist wenigstens nicht wie in Survival Games, wo du lang rennst. Ohne... Inventar voll. Da gehst du irgendwo lang. Inventar voll. So, hier ist ja nix. Hallo. Hier ist ja wirklich nix. Ähm... Ja, gut. Ich lebe mir von mir. Er schrottet, da ist zu viele Videospieler heilsam. Mikael wird das mögen. Was? Trainieren wir an die Beratung. Macht er eh nicht? Ah, ich kann dir nicht helfen. Dafür hat man Freunde. So, wie sieht's hier aus? Oder auch zieht weiter rüber, ne? Nach da hinten. Es pulsiert. Einmal schlafen gehen. Quatsch. Jetzt sieht man was, was hat er da. Ähm... Du kannst ihm während des Gesprächs mit einem Herste-Hilfe-Kasten... Aber ich habe keinen... Er ist ja der Verletzte hier, theoretisch. Ich kann aber nicht. Ich habe auch keinen Erste-Hilfe-Kasten. Können wir den abfertigen? Gut, wollen wir nicht. Was haben wir hier? Medikament. Wir haben halt Massive Chemikalien. Hier, Erste-Hilfe-Sat herstellen. Ich bin voll. Halt deinen... Anstand zurück. Alles manuell. Selbstverständlich. So. Hier unten zu. Das nächste. Weiter geht's. Komm, 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 komm. Wir haben kein... Was? Keinen Platz mehr. Ich bin schon wieder voll. So. Ich kann doch nichts geben. Ich kann nicht mehr sprechen. Also, das ist wahrscheinlich wieder nur so ein Bug. Ja, du kannst ja. Mir fehlen die XP. Mir kann halt niemand helfen. Mir kann halt niemand helfen. Was? Hey, Paps? Was? Wer will den Untersuchungsausschuss, um deine Forschung zu erfolgen? Ja. Wir haben 7 von 7. Wurmlochuntersuchung wird die ganze Nacht dauern. Bist du sicher, dass du den Abend beenden möchtest? Wurmlochuntersuchung wird? Wurmlochuntersuchung ist open. Was passiert jetzt? LOL. Okay. Das hätte ich gesagt. Darauf nehme ich nochmal einen Schluck, weil ich ahne, dass hier gleich was Böses kommt. Die mit Lichtsäulen markiert sind. Alle Dinge, die mit Lichtsäulen markiert sind, sind Hinweise. Da er nicht den Lichtsäulen. Oh, shit. Ich meine, das ist ja schon... Ich komme nicht weiter. Gut. Dann müssen wir da mal lang gehen. Ich habe nur so ein Gefühl. Das ist nicht so... Okay. Ihr solltet lieber die Gush halten. Scheiße, hier sind sie so klug. LOL. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Muss leise sein. Ja, tun sie wirklich so leise. Keine Musik, kein gar nichts hier. Was ist das Inventar? Nur die Pistole. Okay, gut, 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 gut. Ich kann die Pistole auch noch behalten, wenn demnächst mal was ist. Ja, gut. Laufen, um zu checken... Ja, hier sind welche. Gut. Die sind da neben mir. Okay, gut, 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 gut. Puh. Alter. So, Junge. Das sieht auch aus, ne? Also, diese surreale Welt hier ist... Uah! Da brauchst du aber Reaktionsvermögen. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sehen einen Soldaten, der... Kein Soldat mehr ist. Gott, Alter, wie sie sich hier zurechtfinden. Ist ja völlig schizophren hier. Oh, hallo. Oh. Ey, lass den Sound zu leise. Wir sollen wirklich, ne? Ja. Ja. Ich bin hier. Psh, 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 Psh. Nimm auf. Habe hier einer gesehen? Ich kann mich gar nicht gesehen haben, aber oben ne? Mach mich nicht fertig. Ich muss ja sowieso nicht richtig tun, ne? 23 Meter. Öl. Ich sag mal so. Da warten wir mal. Scheint aber schon mal generell die richtige Richtung zu sein. Da oben steht er, glaube ich. Ah, deswegen. Äh. Äh. Hä? Äh. 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 Solange es geht, leise sein. Das ist ja so in mir drin auch, der Scheiß, weißt du. Wenn du so das Blinderszelt irgendwo spielst, hast du mir so... Anni, lass mal ruhig. Ich bin auch eine ruhige Natur. Siehst du ja. Kein Mucks mehr. Einfach genießen. Laufen lassen und... Ja, er sieht uns, aber scheißegal. So, weiter geht's. Mittel zum Zweck. Wir müssen irgendwie da hinten zu den Säulen. Gut, das ist... Hallo? Achso. Hinter der andere hinter mir. Ich muss mich ganz schnell umdrehen. Sonst könnte es eher geben. Tut's natürlich nicht. Alles klar. Oh. Hat keiner gehört. Was? Wieso? Wieso gehen die gleich alle in der Lärmbereitschaft und kommen hier an? Okay, schießen ist also nicht... Nicht so zielführend, ja? Oh, Alter! Könnten wir mal ganz kurz... Oh, ich hab nichts im Hallen, lol, ne? Irgendeiner was dabei? Nein, leider nicht. So, Leute, da mach ich auch nichts. Es soll nicht sein, dass es der Laut wird für mich. Ich hab's für euch... Es bleibt. Meine Psyche ist runtergegangen. Warum, weil ich so viele Menschen töte? Nicht ich, sie, mich. Okay, gut. Das mit dem Kopfschluss hätte ich mir einmal doch ersparen sollen. Also einmal, machst du was? Ey, und hat's mir versaut. Aschloch. Wie wenigst du die Rüstung nehmen könnt? Hat er irgendwas zum Heilen oder so? Können wir was herstellen? Kann ich mir... Nein, kann ich auch nicht. Toll. Oh Gott, jetzt... Ja, toll. Nochmal Shotgun-Muni. Schön. Damit boxe ich weiterhin zu. Will ich auch beibehalten. Meine Muni und Co. sagen einfach, dass ich nichts tun sollte. Jetzt muss ich wieder in die Strahlen rennen. Ich schieße jetzt nicht ein Schuss und ich bin am Arsch. Ja, ein Furz und ich bin am Arsch. Ja, wer mit der jetzt bläht, geht raus. Furz wird auf Toilette. Wenn ich jetzt sterbe... Nein. Dann kommt die ganze Kacke wieder von vorne. Dann werde ich halt zurückgesettet und resetet. Nein. Also ich muss barbarisch aufpassen. Nochmal, ich habe halt kein Leben, ne? Da hinten, ja. Okay, da oben ist doof. Gott, ich bin aber wirklich so konzentriert hier an der Runde, ne? Ich bin aber nicht sicher. Hier war es, wo ich entdeckt wurde, ne? Ja, irgendwie... Oh Gott, was ist denn hier los? Arbeiten sollt ihr. Okay, das war der Weg von hinten. Ja, hätte man nehmen können. Dann haben wir das auch gleich. Das macht Spaß irgendwie. Also irgendwie, ja klar, das grün und matschige. Aber wenn sie das so gut woanders... Oh Gott, Alter, noch woanders verpackt hätten. Das bin ich, ne? Ich will nicht sterben, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich so einen Zeitverlustabbrot sterben. Wir werden mal kurz... Die Mission machen wir noch zu Ende? Ich weiß nicht. Eigentlich muss ich mal Zeit den Cut machen. Wir machen das noch. Dann machen wir aber wirklich mal einen Cut. Haben wir ja gleich. Hofft er. Oh. Oh, oh. Ich will nicht schießen. Ich will nicht schießen. Fuck. Ich gehe da durch. Das macht ja schon... Ah, das macht mir auch Spaß. Ohne so nahe ist das eine ganz andere Nummer. Sonst siehst du immer alles, wie die... Für die Laufen und... Noch mehr hier. Fuck. Lauf. Oh, oh. Nächste Runde geht es weiter. Everything.